happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei retro gamble ich spiele wieder milch arena und ich spiele ffa also wettbewerb weil ich muss mit ihnen hier noch mit tango die quest fertig machen und da brauche ich jetzt noch 14 mvp plätze das heißt also mindestens 14 mal spielen und 14 mal mvp werden das wird so schwer aber ich probiere es weil dann gibt es hier 300 arkeuz und ich brauche wie viel war das für die nächste mächte nicht mehr kaufen möchte 4 hier 3000 ich wollte mir den hier kaufen er ist oder ihn aber ich glaube er ist ich habe hier nur zwei tanks bislang dann habe ich drei tanks deswegen 3750 bis ich das habe das dauert zwei monate noch gut dann legen wir mal los und viel spaß ok gerade so gesehen dass mein stream hier so ein bisschen durch kriselt weil ich habe kein licht an der tageslicht wird wahrscheinlich reichen aber jetzt und es gab es im bild und ja ist halt so ne in grad drei runden schon gespielt dann so gut gewesen mit tango immer so gut durchgekommen und jetzt wir sind mich auf und verlieren verkacken so ein gemessen was ist denn jetzt los hier ich glaube ich habe schon 30 grad hinter mir und das heißt ich brauche nicht mehr spielen heute ich weiß dass du angekommen bist du hast mir ja meinen kill geklaut ich möchte jetzt eigentlich auch nur schnell ändern also sprich sterben damit ich gleich wieder wechseln kann auf tango ach das eine war nicht mein kill das gibt es doch nicht ich bin schon da von hinten die sau jetzt kommt der hier mit den namen kuss abfeuern und dann nach vorne laufen hier kann ich nicht abfeuern aber hier zack ich hätte jetzt ja wo schieß ich denn hin nein ich bin immer noch nicht tot das gibt es doch nicht geht doch aber jetzt habe ich noch 38 30 sekunden ich muss mvp werden ich glaube ich schaue ich nicht mehr ja schnell 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 ich bin der letzte mit den mit in der runde meine güter es gibt es doch nicht auch nicht schon wieder geklaut mein geld ach mensch die runde war ja katastrophe naja der hier hat mich gleich am anfang gekillt naja letzter vielleicht 56 punkte ich mag die zahl 96 gut ich will aber sagen bis gleich der nächste runde und die wird jetzt besser bestimmt ich mache mein lichter ok die nächste runde mein green stream ja sieht so weiter ok aus bislang wenn wir machen fängt dann zu kriseln ok los geht's erstes blut ich habe mal sagen erstes öl schnell verstecken hier so wir füllen es mal hier och ne ok es gibt es doch was ist jetzt los gerade die beiden runden sind so gut gewesen ist das weil ich jetzt so aufnehmen und jetzt vielleicht anders spiele wie vorher ich weiß es nicht egal ok 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 das kann man auch mal machen ok 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 Oh, hast du keinen Kill gemacht mit denen? Hätte ich zwar nicht gedacht, aber... Nehmen wir auf mit... Noch 2... Oh, noch keinen Kill... Oh, noch einen Toten... Okay, gleich kann ich... Ach, da schauen wir ja sowieso nicht mehr... Mensch... Zweiter Platz... Zweiter Platz... Das gibt's doch nicht... Aber immer noch nicht MVP... So, jetzt kommt aber eine super gute Runde... Ich verspreche es euch... Ich hab ja auch fast fertig die Quest... Schön... Ich weiter... 172... Okay, dann geht's weiter in der letzten Runde... Viel Spaß... Okay, das Beste kommt zum Schluss... Jetzt wird die Runde wird... Mega... 3... 2... 1... Go... Get out my way... Zack... Der erste Dauer... Ach, nein... Okay... Vielleicht doch nicht das Beste... Okay... Okay... Was ist denn los hier...? Der hat mir mein Kill geklaut... Och, nö... Es klappt wirklich heute nichts mehr... Schnell da vorne... Nein... Hohohoho... Das gibt's doch nicht... Ah... Also ist... Dich das Beste... Dann machen wir mal mit denen hier ein bisschen auf... Egal... 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 Nein, der hat mich. Er hat mich. Also nicht das Beste, aber die Runde ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Zweiter Platz. Bisschen besser die Runde gewesen, aber egal. Wieder kein MVP. Also nicht mit Tengu. Oh, Mist. Na gut. Jetzt sage ich mal, das war es für heute. Ich sage trotzdem, danke schön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Nektar dabei seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. 257. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017